Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4947 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ärzte in Krankenhäusern arbeiten oft zu viele Stunden, einschließlich Schichtarbeit und Bereitschaftsdienst. Kopfschmerzen sind mein ständiger Begleiter. Heute kann ich sie gar nicht gebrauchen. Kopfschmerzen sind mein ständiger Begleiter. Heute kann ich sie gar nicht gebrauchen. Wir Brüder halten zusammen. Das haben uns unsere Eltern schon früh beigebracht. Wir Brüder halten zusammen. Das haben uns unsere Eltern schon früh beigebracht. Wenn ich am Computer arbeite, bin ich voll konzentriert. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Das Kind meiner Gastfamilie ist mir ans Herz gewachsen. Wir verstehen uns gut. Ich möchte dir heute eine wichtige Frage stellen. Vielleicht ahnst du bereits, um was es geht. Der Standesbeamte ist ein Beamter der Gemeindeverwaltung. Ich versuche alle Yoga-Übungen genauso zu machen, wie sie online gezeigt werden. Ich versuche alle Yoga-Übungen genauso zu machen, wie sie online gezeigt werden. Ich versuche alle Yoga-Übungen genauso zu machen, wie sie online gezeigt werden. So kann es nicht weitergehen. Ich kann deine schlechten Leistungen auf Dauer nicht akzeptieren. Nach diesem Streit bin ich ziemlich frustriert. Nach diesem Streit bin ich ziemlich frustriert. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich versuche alle Yoga-Übungen genauso zu machen. Ich versuche alle Yoga-Übungen. Nach dem